Hallo, ein aller herzliches Glück auf und willkommen zurück zu einem dritten Update in Bezug auf die 5B-Wetterlage am heutigen Freitag und am morgigen Samstag. Ja, es hat einiges an Regen gegeben, punktuell, gerade im Osten, gestern Abend hier in Sachsen, ja, da konnten stellenweise so 30, gegebenenfalls auch 40 Liter auf dem Quadratmeter zusammenkommen, in Bezug natürlich auf Schauer und Gewitter, ja. Ja, die anderen weiter im Osten hatten eher nicht so das Glück, aber gegebenenfalls könnte sich das ab kommender Nacht und morgen dann ändern, schauen wir uns das aber alles gemeinsam an. Ein erster Blick auf das Satellitenbild, wie gehabt, ja, wir sehen hier unten zyklonal eindrehend das 5B-artige Tiefdruckgebiet, welches korrespondierend mit diesem anderen Tiefdruckgebiet hier im Norden, welches die Schauer und Gewitter in der letzten Nacht ausgelöst hat. Ja, nach Norden, beziehungsweise nach Nordösten zieht, ja, und wie gesagt, weitere Warmluft wird jetzt hier aus dem Mittelmeerraum rumgeholt, kältere Luftmasse am Boden über Westdeutschland, eher anliegend hier, ja. Ja, ich hoffe, jetzt kann man es sehen, das Tiefdruckgebiet hier sich eindreht nochmal und hier oben das korrespondierende, ja, kleinere Tiefdruckgebiet, ja. Und wie gesagt, aus Westen kommen jetzt hier Bodener, kühlere Luftmassen rein und wärmere Luftmassen gleiten auf diese kühleren Luftmassen auf. Aufhebung wird generiert, dementsprechend muss das alles abregnen und durch die Gegenstromlage klatscht das natürlich dann mit Nordstau an die Alpen. Ein Blick auf das aktuelle Radarbild, ja, wir sehen das hier aktuell im Norden, der Rest vom Schützenfest abziehend aus der Nacht. Und hier unten sehen wir wunderbar die Eindrehung des Tiefdruckgebietes mit den Aufkleidniederschlägen. Hier unten jetzt vor allen Dingen im Hotspot eher so Richtung Allgäu. Das ist eben das, was ich gestern bereits erwähnte. Diese punktuelle Genauigkeit in Bezug auf die Niederschläge ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr, sehr schwer verhersagbar. Diese Niederschläge drehen sich jetzt hier ein und werden dann im weiteren Tagesverlauf nach Osten hin wegbrechen. Dementsprechend wird Oberbayern auch noch ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen stärkeren Regen bekommen. Aber durch Eindrehung, durch Verlagerung ein kleines bisschen weiter nach Westen in Bezug auf die gestrigen Modelle, die das weiter östlich gesehen hatten, also quasi mit dem Hotspot über Oberbayern, können wir jetzt erkennen, dass diese Stau-Effekte eher so Richtung Allgäu passieren. Und hier sind eben mit den neuesten Berechnungen die größten Niederschlagsummen wahrscheinlicher als jetzt hier, wie gestern noch war, in Oberbayern. Was aber nicht heißt, dass es dort auch zu kleinräumigen Überschwemmungen kommen kann, wenn dort mal ein Bach über die Ufer dreht. Ja, aber hier, das muss eben im Allgäu im Auge behalten werden. Da muss man naukasten, da müssen die Feuerwehren auch die Radare im Auge behalten und die Warnstufen eben auch verfolgen und so weiter. In Bezug auf die blitzdurchsetzte Geschichte, ja, war eben ein kleines bisschen blitzdurchsetzt gewesen, dieses Regengebiet hier. Und aus Süden kommen schon weitere Gewitter rein, ja, in dieser feuchtschwülen Luft hier, die dann eben wieder auf die eher kühleren bodennahen Luftmassen aufgeleitet. Und dort kann es eben dann wieder zu stärkeren Regenfällen kommen. Schauen wir uns die aktuellen Berechnungen an für, ja, Deutschland und auch für die nächsten 48 Stunden in Bezug auf das ICAN-D2-Modell. Ich ziehe das jetzt ein bisschen weiter runter. Gestern kam ein kleines bisschen Kritik, warum der Süden immer abgeschnitten wurde. Absolut nachvollziehbar, ja, das ist leider einfach so. In Bezug auf die Einstellungen jetzt hier in dem Programm, ja, ist das einfach untergegangen. Entschuldigung dafür, ja. Der Hotspot jetzt hier, wie gesagt, im Süden, im Norden, die abziehenden Schauer und Gewitter und sich hier eindrehend die ganzen Niederschläge, die wir eben schon im Radar gesehen haben. Und wie ich bereits erwähnte, wird das Ganze eben nach Osten hin rausziehen. Und dann ist es so, dass ICAN-D2 vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder hochscrollen, wegen der Timeline, ja, in der Nacht zum Samstag und der zweiten Nachthälfte Schauer- und Gewitteraktivität bzw. blitzdurchsetzter Regen aus dem Egergraben über das Erzgebirge nach Sachsen reinziehen sollen, ja. Muss man wirklich beobachten, ihr habt es eben schon mitbekommen, wie das mit den Modellen ist, wie das hin und her springt, ja. Im Süden dann rasche Entschärfung der Wetterlage, ja, und dann kommt die Kaltfront rein mit weiteren, ja, eher Kaltluftschauern und kurzen Gewittern, ja. Und dann wird die ganze feuchtschwüle Luftmasse ausgeräumt. Ja, was kommt denn in Bezug auf die akkumulierte Niederschlagsumme, was kommt denn da überhaupt raus, ja. Wir sehen jetzt hier diesen Streifen, wie er sich eben quer über Deutschland zieht. Und man kann eben erkennen, Aiken D2 sieht tatsächlich den Hotspot eher so in, ja, in der Bundeslandgrenze Baden-Württemberg-Bayern, ja. Und nicht mehr so richtig in Oberbayern, wie das gestern noch der Fall war, ja. Lilane Berechnungen eher dann so Richtung Allgäu. Und vor allen Dingen im Eindrehen bzw. im Eindrehungsbereich, ja, dieses Tieftrogebietes mit weiterer Verlagerung nach Nordosten. Dann eben auch so in, ja, in dem Bereich Ulm, so bis nach Würzburg vielleicht, obwohl Würzburg ist es nicht. Ja, was wird denn das jetzt hier sein, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weiß ich jetzt nicht so genau, ja. Aber ihr könnt das hier erkennen, ja. Es ist nicht mehr Oberbayern, wie gesagt, der Hotspot. Schauen wir uns ein anderes Regionalmodell an, und zwar das der Franzosen. Wie sehen die denn das, ja. Ja, auch wieder hier die aktuelle Berechnung mit dem Sechserlauf der Franzosen. Die rechnen nicht alle drei Stunden, wie das eigene D2-Modell, ja, aber auch ein Regionalmodell und konvektiv zulassen natürlich, ja. Wir erkennen das wieder oben rechts die Timeline, ja, und ich muss jetzt leider Gottes auch wieder ein bisschen weiter nach unten gehen, sonst erkennt man überhaupt nicht, wo es eigentlich da ankommt, ja. Also nochmal, ja, wir sehen das jetzt hier, wie das hier unten eindreht und dann eben auch berechnet wird, dass es eben nach Osten durchdrückt. Und aber die Regenmengen in Bezug auf Oberbayern, wie es gestern noch war, sehr wahrscheinlich so nicht zustande kommen. Gott sei Dank, muss man dazu sagen, ja. Dann weitere Gewitter bzw. Regenfälle in Bezug auf die zweite Nachthälfte vom Egergraben ausgehend, sich dann weiter intensivierend und dann eben mit Nordweststau gegen das Erzgebirge drückend, ja, und aufkleidend. Muss man eben schauen, ob das wirklich so kommt. Das können sich dann auch mal ein bisschen längere Regenfälle eben hier halten. Aber, ja, das wird nicht unwetterartig werden, ja. Wenn sich wirklich mal ein Gewitter einlagert, was punktuell dazu wirklich so einkreist, weil die Löhnenströmung eben auch dadurch eben relativ langsam ist, ja, dann kann es auch wirklich mal in den Unwetterbereich reingehen. Aber hier irgendwelche Überschwemmungen und Überflutungen und Flut und sowas wird überhaupt nicht passieren. Also keine Angst, ja. Gut, was kommt denn hier unterm Strich bei raus? Was berechnet die denn, ja? Ja, es ist ähnlich wie bei Icon D2, ja. Wir sehen jetzt hier auch wieder die akkumulierten Niederschlagsummen bis Sonntag früh. Und wir können eben auch wieder erkennen, hier so Richtung Allgäu eher der Hotspot, ja. Ja, aber auch Richtung Oberbayern so ein punktuelles Ding. Das ist wieder schau- und gewitterbasiert. Kann man punktuell nicht vorhersagen. Aber eben auch so ein bisschen hier nörd- oder beziehungsweise nördlich ausschweifend, ja. Ja, mit auch Peaks über 100 Liter auf dem Quadratmeter. Aber dann auch Richtung Sachsen und gegebenenfalls auch Richtung Ostsachsen, Osterzgebirge. So 40, 50 Liter auf dem Quadratmeter werden hier bis Sonntag früh berechnet, ja. Nochmal detailliert in das eigene D2-Modell reingeschaut. Kann man eben erkennen, wo sich hier der Hotspot befinden soll, laut aktuellem Stand. Das sind die Regionalmodelle. Der Form halber schauen wir uns natürlich jetzt... Oh, draußen ist richtiger Nebel bei uns gerade. Hier in Sachsen sehe ich gerade. Also ein sehr tiefes Kondensationsniveau liegt gerade an. Absolute Sättigung. Es ist schwül ohne Ende, ja. Man kann das hier richtig gut erkennen. Und bei uns ist gerade hier Nebel. Also der Taupunkt quasi an der Temperatur so dicht dran, dass eben die Luft, ja, voll gesättigt ist, ne. Ja, das dahingehend nochmal. Entschuldigung für die Abschweifung jetzt da. Aber wir sehen jetzt, wie gesagt, nochmal die Hotspots, wo eben der meiste Regen fallen soll. Der Form halber, wie ich bereits eben erwähnte, schauen wir uns jetzt noch die Globalmodelle an, ja. Und die Globalmodelle beginnen wir mit dem EZ-Lauf von 0 Uhr, zum Beispiel 0Z. Ja, und da sehen wir auch einen Hotspot eher Richtung Allgäu geschoben, ja. Dann soll aber hier in Sachsen überhaupt nichts weiter passieren, ja. Und das ist eben wieder die Krux an der ganzen, oder da liegt eben wieder der Hase eben im Pfeffer bei der ganzen Wetterlage hier. Diese punktuellen Geschichten, konvektive Umlagerungen und so weiter, sind sehr, sehr schwer verhersagbar. Aber wir können trotzdem den Hotspot hier unten in Südölkland eben dennoch erkennen. In Bezug auf GEM, auch den Nullerlauf, wie gesagt, ich hatte bereits gestern schon erwähnt, diese Modelle rechnen zu den synoptischen Hauptterminen 0 und 12Z. Und dementsprechend aller 12 Stunden, nicht wie die anderen aller 6 Stunden, oder die Regionalmodelle wie ICON aller 3 Stunden, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Hotspot hier unten auch wieder ins Allgäu geschoben. Und dementsprechend werden hier von den Kanadiern über 150 Liter auf den Quadratmeter bis Sonntagmorgen berechnet. Ja, muss man im Auge behalten. Die Deutschen mit dem 6er Lauf sehen den Hotspot Richtung Oberbayern wieder ein bisschen geschoben, auch mit über 100 Liter auf den Quadratmeter, aber Richtung Sachsen so gut wie gar nichts, ja. Das ist eben das, was ich bereits erwähnte, dieses Hin und Her, diese Unsicherheiten. Da sind einem die Hände gebunden, einfach zu dieser Wetterlage, ja. Das ist sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Man kann im Prinzip nur Naukasten, deswegen Radar im Auge behalten und etwaige Abschätzungen dahingehend. Ja, UKMO EU mit dem 6er Lauf, also die Briten, ja, sehen auch den Hotspot eher so Richtung Allgäu und auch eher so westliches Oberbayern, ja. Auch mit so 60, 70, gegebenenfalls auch mal 100 Liter auf den Quadratmeter. Und dann, ja, keine große Verstärkung dann auch wieder in Sachsen. Ein bisschen so am Erzgebirge, sehr wahrscheinlich. Am Erzgebirgskamm muss man alles beobachten. GFS, die Amerikaner, die sehen die ganze Geschichte über Sachsen auch relativ human. Ja, 20, 30 Liter auf den Quadratmeter gegebenenfalls hier in der Sächsischen Schweiz. Und aber eben auch den Hotspot hier unten eher im Allgäu anliegend. Mit so 70, 80, gegebenenfalls auch 90 oder 100 Liter auf den Quadratmeter. Dort, wo gestern die Unwettergefahr, beziehungsweise die Peaks eben waren, das hat sich um die Hälfte bis zu einem Viertel, also es ist bloß noch ein Viertel übrig, ungefähr von den Peaks, die gestern berechnet wurden in Oberbayern zum Beispiel jetzt, ja. Aber das ist eben so, die Wetterlage, die gibt es einfach her. Und da spielt so viel mit rein, dass eben solche etwaigen Berechnungen wie gestern zustande kommen können, ja. So, dann haben wir abherrscht, die Franzosen abschließend noch mit dem Hotspot auch wieder hier im Allgäu. Mit 130, 140 Liter auf den Quadratmeter bis Sonntagfrüh. Und dann auch, ja, 52, gegebenenfalls auch mal 60 Liter auf den Quadratmeter, so Richtung Elbtal, deutsch-tschechische Grenze, der Cine rüber, so, ja, auch mal 70, 80 Liter auf den Quadratmeter. Muss man aber alles beobachten und, wie gesagt, naukasten. Gut, das sollte es dazu gewesen sein, ich werde mich bezüglich des 5B-Tiefs jetzt bedeckt halten. Es ist eigentlich alles gesagt, es muss hier keiner Angst haben. Ein kleines bisschen kritischere Blicke auf die Radare, natürlich im Allgäu und vor allen Dingen im Alpenstau, ja. Dort können immer irgendwelche Überraschungen passieren, gerade bei so einer Wetterlage. Aber was Sachsen angeht zum Beispiel, kein Hochwasser oder sowas in Sicht, ja. Also alles, alles gut und eher der Regen dann als Segen, ja. Ansonsten, ja, die nächste sommerliche Welle steht schon in den Startlöchern, aber dazu werden wir uns gegebenenfalls am Sonntag oder am Montag nochmal sehen, wenn ihr möchtet. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, einen guten Blick auf die Radare, besonnenes Handeln, ja, Glück auf und ciao.